Herzlich willkommen zur ersten Einheit der Vorlesung zu den zivilrechtlichen Grundzügen des IT-Rechts im neuen Jahr. Es geht weiterhin um elektronische Willenserklärungen und den Vertragsschluss auf elektronischem Wege und heute insbesondere darum, wie man bei elektronischer Geschäftsabwicklung Raumvorschriften des bürgerlichen Rechts einhalten kann. Wir machen keine lange Vorrede, sondern fangen an mit einem Fall, den das ORG München vor acht Jahren schon entschieden hat. Sie können sich die Fakten im Einzelnen auf der Folie ansehen. Ich mache es kurz. Es geht um einen Käufer K., der sich einen neuen Fernseher zulegen will und den mittels eines Verbraucherkreditvertrages finanzieren will, weil er das Bargeld offenbar nicht parat hat, um direkt zu zahlen. Er schließt also durch Vermittlung des Elektronikmarkts unmittelbar einen Verbraucherkreditvertrag. Er füllt ein entsprechendes Formular aus, das aber nicht auf Papier, sondern es wird ihm ein Vertragsformular vorgelegt auf einem Tablet-Computer oder also einem Unterschrift-Pad. Sie kennen das vielleicht auch von der Zustellung durch Paketdienste, dass Sie dann den Erhalt quittieren auf so einem Unterschrift-Pad mit einem Griffel. Und von dem in dieser Weise unterschriebenen Formular bekommt er dann einen Ausdruck. Dann kommt es, wie es kommen muss. Er überlegt sich es zu Hause nochmal und, wohlgemerkt, erst nach 17 Tagen erklärt er den Widerruf des Geschäfts. Er will also von der Sache wieder loskommen. Die B-Bank als Darlehensgeberin sieht dafür keinen Anlass. Und nun erhebt er Klage und ist erstens der Meinung, der Vertrag sei von Anfang an nichtig gewesen. Und zweitens, der Vertrag sei zumindest durch seinen Widerruf nach 17 Tagen unwirksam geworden. Das ist eine Feststellungsklage nach § 256 ZBO über die Zulässigkeit der Feststellungsklage im Zivilprozessrecht will ich jetzt nicht mich vertieft äußern, sondern nur die Begründetheit mit Ihnen prüfen. Und begründet ist diese Klage natürlich, wenn die von K erhobenen Behauptungen zutreffen. Der Hauptantrag wäre ja der, der Vertrag war von Anfang an nichtig. Das kann dann nur daran liegen, dass hier eine Formvorschrift verletzt wurde. Und falls wir jetzt zu dem Schluss kommen, dass das nicht der Fall ist, werden wir dann den Hilfsantrag prüfen. Ja, als Formvorschrift kommt hier die Schriftform in Frage, die nach § 492 Absatz 1 BGB vorgeschrieben ist für einen Verbraucherkreditvertrag. Und § 494 enthält dazu die Folge, dass ein Vertrag, der diese Schriftform nicht einhält, von Anfang an nicht wirksam zustande kommt. Das ist nicht die allgemeine Regel, sondern eine besondere. Das liegt vor allem daran, dass es da Zusatzregelungen gibt, die wir uns bei der Falllösung noch näher ansehen müssen. Schauen wir zunächst mal, ob die Schriftform eingehalten ist. Dafür gelten die allgemeinen Vorschriften, also der § 126 BGB. Und der spricht davon, dass eine Urkunde unterzeichnet werden muss. Und man ist sich weitgehend einig, dass eine Urkunde auch zivilrechtlich eine verkörperte Gedankenerklärung ist, dass da also etwas Körperliches vorliegen muss. Im Zweifel ein Stück Papier. Und das müssen wir hier verneinen. Wenn wir an die Unterschrift auf dem Unterschriftspad denken, dann ist da ja keine körperliche Urkunde, sondern eben nur etwas, was auf dem Bildschirm dargestellt wird und nur als Daten im Computer vorliegt und so abgespeichert wird. Wenn wir an den Ausdruck denken, den K. hinterher bekommt, dann ist das zwar eine körperliche Urkunde auf Papier, aber die enthält keine eigenhändige Unterschrift, sondern nur ein Abbild der Unterschrift, die K. auf dem Pad geleistet hat. Und wie auch sonst, Fotokopien, Fotografien von Urkunden nicht selber die Schriftform erfüllen, sondern eben nur das Original. So ist das auch hier. Das Dumme ist nun hier. Es gibt kein Original zu diesem Ausdruck. Das Original liegt nicht als körperliche Urkunde vor. Und deswegen kann man nicht davon sprechen, dass hier das Original die Schriftform einhält und die Kopie eben ohnehin nicht, weil sie nur Kopie ist und nicht eigenhändig unterschrieben. Damit müssen wir schon an der Stelle feststellen, dass wir es nicht mit einer Einhaltung der Schriftform nach 126 Absatz 1 zu tun haben. Denkbar wäre aber, dass hier die elektronische Form nach 126 Absatz 3, 126 a BGB eingehalten ist. Denn wir hatten ja gerade gesagt, dass hier die Unterschrift in elektronischer Form in einer Datei geleistet wird. Leider reicht das nun für die elektronische Form nach § 126 a BGB nicht aus, denn danach wird erfordert eine sogenannte qualifizierte elektronische Signatur. Was das ist, werden wir uns im Verlauf dieser Vorlesungseinheit noch genauer anschauen. An dieser Stelle nur so viel. Was wir hier haben, reicht jedenfalls nicht. Was wir hier haben, ist eine sogenannte einfache elektronische Signatur. Das heißt, die Vertragsurkunde, das Vertragsformular wird mit einer Unterschrift versehen, die den Aussteller zu erkennen gibt. Die also zu erkennen gibt, K hat dieser Vertragsurkunde zugestimmt. Das kann in der Weise geschehen, dass da ein Faximile seiner Unterschrift, also ein Bild seiner Unterschrift abgespeichert wird. Oder auch in der Weise, dass einfach sein Name in Druckbuchstaben gespeichert wird. In beiden Fällen ist das in den Augen des Gesetzes eine Signatur, aber eben keine qualifizierte elektronische Signatur. Die verlangt nämlich erhöhte Vorkehrungen dafür, dass man sicher sein kann, dass der angebliche Aussteller, der in der Unterschrift genannt wird, auch wirklich diese Urkunde unterschrieben hat. Und das ist bei einer solchen Faximile-Unterschrift nicht gewährleistet. Das Übrige München hat auch noch überlegt, ob man nicht im Wege der Analogie das hier für wirksam halten kann, also sagen kann, dies liegt auch wertungsmäßig auf derselben Ebene wie eine eigenhändige Unterschrift oder auch wie andere Formen der qualifizierten Signatur. Das hat das URG München aber abgelehnt mit der Begründung, es fehle hier an einer planwährigen Regelungslücke, weil der Gesetzgeber sich eben über die Frage, wie kann man auf elektronischem Wege den Effekt der eigenhändigen Unterschrift nachahmen, Gedanken gemacht hat und den § 126a BGB geschaffen hat, als abschließende Regelung dazu, wie man die Schriftform auf elektronischem Weg ersetzen kann. Ergebnis also, der Vertrag ist tatsächlich nicht wirksam zustande gekommen, weil es an der Einhaltung der Form gefehlt hat. Nun muss man aber § 494 BGB weiterlesen, das empfiehlt sich ja immer im bürgerlichen Recht. Und wenn man weiterliest, dann stellt man fest, dass nach § 494 Absatz 2 BGB ein Vertrag der Mangelseinhaltung der Schriftform zunächst nicht wirksam zustande kommt, doch noch wirksam werden kann durch Auszahlung des Darlehens, also dadurch, dass der ursprüngliche Mangel geheilt wird. Solche Vorschriften haben wir ja auch zum Beispiel beim Rundstückskauf, dass wenn er vollzogen wird, der Formmangel geheilt wird. Hier also führt die Auszahlung des Darlehens zur Heilung und das Darlehen ist ausgezahlt worden, zwar nicht an den K, aber nach der Verabredung und der Weisung des K und mittelbar an den Elektromarkt. Damit kommt die Heilungsvorschrift zum Einsatz. Damit ist der Vertrag wirksam geworden und infolgedessen hat die Klage mit ihrem Hauptantrag keinen Erfolg. Der Vertrag ist nicht wegen des Formverstoßes schon nichtig. Damit kommen wir zur Prüfung des Hilfsantrages, nämlich zur Frage, ist der Vertrag wenigstens durch den Widerruf des K nachträglich wieder abgewickelt worden. Dazu ist zunächst mal klar, dass es ein Widerrufsrecht gibt, weil wir es mit einem Verbrauchergerätvertrag zu tun haben. Es stellt sich dann die Frage, ist denn der Widerruf rechtzeitig erklärt worden, denn die Frist ist, wie Sie wissen, 14 Tage und wir haben hier einen Widerruf erst nach 17 Tagen. Dazu wirkt sich nun der Vormangel noch mal aus, denn der Vormangel führt zwar nicht dazu, dass der Vertrag nichtig wird, er führt aber dazu, dass der Vertrag mit anderen Konditionen zustande kommt, als ursprünglich gedacht, nämlich die Konditionen, die speziell vereinbart waren in dem Formular, kommen nicht zum Tragen, weil das Formular die Schriftform nicht erfüllt, weil es nicht ordnungsgemäß unterzeichnet wurde. Stattdessen werden kraftgesetzesbestimmte Bedingungen eingesetzt und mit diesen gesetzlichen Bedingungen kommt der Vertrag zustande. Das wiederum wirkt sich auf das Widerrufsrecht aus. Das Widerrufsrecht soll ja dem Verbraucher ermöglichen, eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, ob er den Vertrag wirklich will. Deswegen kommt die Widerrufsfrist nicht zum Laufen, solange ihm nicht in geeigneter Form die Vertragsbedingungen vorliegen und die Vertragsbedingungen dieses geänderten Vertrages, kraftgesetzes geänderten Vertrages, sind dem K.A. nie zugänglich gemacht worden. Das ist ja den Parteien gar nicht eingefallen, dass da ein Nichtigkeitsgrund vorliegen könnte. Folge davon, die Widerrufsfrist hat nie begonnen zu laufen und deswegen konnte sie auch nicht ablaufen und das führt dazu, dass die Klage mit ihrem Hilfsantrag Erfolg hat. Der Widerruf war noch möglich und hat zur Vertragsbeendigung geführt. Wir haben mit diesem Fall also ein Beispiel dafür, wie man elektronische Erklärungen, die einer Form bedürfen, nicht abgibt. Mit diesem Unterschriftspad klappt das nicht und obwohl der Vormangel geheilt wird, wirkt sich das dann auch in der Lösung aus. Schauen wir uns jetzt an, wie man es denn richtig macht. Dazu ist es zunächst mal sinnvoll, sich nochmal an die Formzwecke zu erinnern. Haben Sie sicherlich schon mal gehört oder gesehen. Es gibt da verschiedene Auflistungen, die aber letztlich meist auf dasselbe hinauskommen. Man unterscheidet also manchmal eine Klarstellungsfunktion auf der ersten Ebene. Eine Form führt in der Regel dazu, dass die Vertragsbedingungen in klarer Form niedergelegt sind, sodass man hinterher nachlesen kann, worum es sich handelt. Das ist bei der Schriftform natürlich der Fall, weil da eben ein schriftliches Dokument existiert. Man kann sagen, das ist auch bei uns der Fall und überall da, wo die Vertragsbedingungen in einem Textdokument, sei es elektronisch, sei es auf Papier, niedergelegt werden. Bei uns war das sicherlich auch der Fall. Die Vertragsbedingungen waren ja im Tablet klar gespeichert. Auf der nächsten Ebene liegt die Beweisfunktion, also die Funktion, dass die Form dazu führt, dass im Nachhinein klar beweisbar ist, ob und mit welchem Inhalt ein Geschäft geschlossen wurde. Bei der Schriftform wird die Beweisfunktion eben durch die eigenhändige Unterschrift unter der Urkunde bewahrt. Es ist ja nicht ganz trivial, eine Urkunde, eine Unterschrift zu fälschen. Man kann das durch grafologische Urkunden vielfach, durch grafologische Begutachtung vielfach erkennen. Und infolgedessen erfüllt die Schriftform diese Beweisfunktion und deswegen misst Paragraf 416 ZPO, den Sie an der Stelle auch mal lesen sollten, eben der eigenhändig unterschriebenen Urkunde auch besondere Beweiskraft zu. Sie erbringt, wie das Gesetz sagt, den vollen Beweis dafür, dass der Unterzeichner eine bestimmte Erklärung abgegeben hat. Daneben wird den Formvorschriften in der Regel auch eine Warnfunktion zugeschrieben. Alle Formen erfordern einen gewissen Mehraufwand gegenüber dem rein formlosen mündlichen Vertragsschluss. Bei der Schriftform müssen Sie zunächst mal die Vertragsbedingungen in einer schriftlichen Urkunde niederlegen und dann vielleicht noch einen Stift suchen, sich hinsetzen und unterschreiben. Das ist ein bisschen mehr Aufwand, als eben nur mündlich sagen, ja, bin einverstanden, vielleicht mit einem Mausklick irgendwas abnicken und infolgedessen haben Sie Gelegenheit, nochmal darüber nachzudenken, ob der Vertrag wirklich gut für Sie ist und gegebenenfalls sich klarzumachen, dass der Risiken wirkt. Da haben wir also die Warnfunktion und schließlich haben manche Formvorschriften eine Beratungsfunktion. Das gilt immer für die Vorschriften, die notarielle Beurkundung vorsehen, weil das eben erforderlich macht, dass Sie einen Notar aufsuchen und sich von dem auch darüber belehren lassen, was für Rechtsfolgen Ihr Geschäft hat. Für die Schriftform ist das nicht relevant. Wenn wir uns nun nochmal auf unseren Fall zurückbesinnen, dann erkennen wir gleich von den verschiedenen Formzwecken, soweit sie für die Schriftform überhaupt relevant sind, also den ersten dreien, ist vor allem die Beweisfunktion bei elektronischen Erklärungen problematisch. So ein Unterschriftspad, auf dem man unterschreibt, führt zwar dazu, dass ein Abbild der eigenhändigen Unterschrift gespeichert wird und man könnte das vielleicht auch hinterher grafologisch untersuchen lassen, aber so eine nur als Abbild vorhandene Unterschrift hat nicht alle Eigenschaften einer handschriftlichen Unterschrift. Beispielsweise kann man über den Druck, der aufs Papier ausgeübt wurde, nichts sagen und außerdem kann jeder so eine Unterschrift leicht fälschen. Man braucht nur irgendein Papier mit einer Unterschrift des potenziellen Betrugsopfers, dann kann man die Unterschrift einscannen und sie auf irgendwelche anderen Urkunden applizieren. Die lässt sich also vervielfältigen, wenn man nur eines Unterschriftzuges habhaft werden kann. Infolgedessen hat, glaube ich, auch das Oberlandesgericht München zu Recht festgestellt, dass eine Analogie nicht in Frage kommt. Selbst wenn man die Regelungslücke bejahen wollte, müsste man sagen, so eine Unterschrift auf dem Unterschriftspad ist in ihrer Beweisfunktion der Schriftform nicht gleichwertig. Das Problem mit Zustimmungszeichen, schriftlichen Zustimmungserklärungen zu einer Vertragsurkunde, die nicht denselben Beweiswert haben, wie eine Unterschrift ist, übrigens nicht neu, sondern uralt. In älteren Zeiten kam es ja gar nicht so selten vor, dass Leute des Schreibens unkundig waren und zumindest aus Geschichten wissen sie, dass man dann die berühmten drei Kreuze gesetzt hat anstelle der eigenhändigen Unterschrift. Auch mit drei Kreuzen kann man natürlich seine Zustimmung zu einem Vertrag signalisieren, wenn man ihn denn irgendwie lesen und zur Kenntnis nehmen konnte. Aber drei Kreuze kann jeder setzen, die sind nicht sehr charakteristisch und lassen sich insofern viel leichter als eine eigenhändige Unterschrift fälschen. Dieses Problem sieht das BGB seit Alters her und sieht in 126 Absatz 1 BGB vor, dass ein sogenanntes Handzeichen, dazu zählen, gerade solche drei Kreuze, nur dann die Schriftform erfüllt, wenn von einem Notar beglaubigt wird, dass es tatsächlich von dem angeblichen Urheber stammt. Da wird also die Beweisfunktion der eigenhändigen Unterschrift dadurch ersetzt, dass der Notar mit seinem Namen und seinem Berufsethos dafür einsteht, dass die drei Kreuze auf der Urkunde tatsächlich von der angeblichen Vertragspartei stammen. Das ist etwas anderes als die notarielle Ururkundung einer Erklärung. Da beurkundet nämlich der Notar, also stetigt der Notar, dass bestimmte Erklärungen von der Partei abgegeben wurden. Hier bei der Beglaubigung bestätigt er nur, dass das Handzeichen, also beispielsweise die drei Kreuze von einer bestimmten Partei stammen. Aber dieser Mechanismus der Beglaubigung, irgendeine vertrauenswürdige Institution bestätigt, dass eine Unterschrift, eine Signatur von einer bestimmten Person stammt, der wird uns wieder begegnen im elektronischen Bereich. Da geben sich sozusagen Geschichte und Gegenwart die Hand. Schauen wir mal, was das Gesetz zu elektronischen Erklärungen zu sagen hat. Das Gesetz enthält dazu verschiedene Vorschriften und unterscheidet verschiedene Formen. Zunächst mal haben wir in § 126b die Textform geregelt. Das ist gewissermaßen die primitivste Form, die das Gesetz kennt. Dazu ist nur verlangt, dass bestimmte Erklärungen oder bestimmte Belehrungen in schriftlicher Form vorliegen, also nicht unterschrieben, nicht einem bestimmten Aussteller zuordnenbar, aber so, dass der, für den die Information bestimmt ist, sie bei sich speichern kann. Dafür kommen wir also, wenn die Information nicht auf Papier vorliegt, insbesondere die Speicherung in einer Textdatei. Jeder beliebigen Art in Betracht, das kann auch eine E-Mail oder sogar eine WhatsApp-Nachricht oder dergleichen sein. Wichtig ist nur, dass eben der Betroffene, der die Information in Textform erhalten soll, das sich ohne Probleme abspeichern kann und die Möglichkeit hat, damit die Information dauerhaft vorzuhalten. Das ist in verschiedenen verbraucherschützenden Vorschriften vorgesehen. Die nächste Stufe wäre die einfache elektronische Signatur. Ich hatte schon gesagt, das besteht darin, dass zu der Textform hinzutritt, also zu der elektronischen Speicherung einer Information hinzutritt, dass ein Aussteller erkennbar wird, sei es durch eine Faximile-Unterschrift, sei es auch einfach dadurch, dass sein Name in Text, also in normalen Buchstaben angegeben wird. Man kann das eine einfache Signatur nennen, das hat aber als solches für die Einhaltung von Formvorschriften in der Regel keine Bedeutung. Von einem Sonderfall im Prozessrecht sprechen wir nachher noch kurz. Das wären also die ersten zwei Formen und wenn wir nun die Textform ersetzen wollen, müssen wir etwas mehr Aufwand treiben. Da sieht nämlich das Europarecht in der Form der EIDAS-Verordnung vor die fortgeschrittene und vor allem die qualifizierte elektronische Signatur. Dabei geht es nun um besondere kryptografische Methoden, die sicherstellen sollen, dass eine einfache Signatur, also eine Angabe des Ausstellers, von einer bestimmten Person stammt. Das kann man machen durch verschiedene kryptografische Verfahren und für die fortgeschrittene Signatur ist vorgesehen, dass die Signatur eben erkennen lassen muss, wer Aussteller der Urkunde ist und dass sie so beschaffen sein muss, dass sie einerseits nur zu einem bestimmten Aussteller und andererseits nur zu einer bestimmten Urkunde passt, sodass also ein anderer Aussteller eine andere Signatur hätte und auch die Unterschrift unter ein anderes Dokument anders aussähe. Das ist wichtig, weil wir ja eben schon gehört haben, solche elektronischen Signaturen, die ja letztlich Zahlen oder Datenfolgen sind, lassen sich ja prinzipiell leicht von einem Dokument in ein anderes rüber kopieren. Deswegen muss bei der elektronischen Signatur sichergestellt sein, dass sie immer auf ein bestimmtes Dokument bezogen ist, so wie die eigenhändige Unterschrift an einem Dokument haftet. Dass man sie nicht aus dem einen Dokument raus und dann auf ein anderes übertragen kann. Das ist also für die fortgeschrittene Signatur schon verlangt. Für die qualifizierte elektronische Signatur tritt hinzu, dass die Identität des angeblichen Ausstellers durch eine vertrauenswürdige Institution, einen sogenannten Zertifizierungsanbieter oder Vertrauensdienstleister gewährleistet werden muss. Sowohl die fortgeschrittene wie die qualifizierte Signatur werden realisiert über sogenannte Public-and-Private-Key-Verfahren, die wir uns jetzt, was den technischen Hintergrund angeht, näher anschauen müssen. Mich hat diese Sprechen von zwei Schlüsseln immer befremdet, nicht nur in der Kryptografie, sondern auch beim Papst. Da werden Sie sich vielleicht fragen, was hat der Papst damit zu tun? Nun, Sie sehen hier das Papstwappen des jetzt regierenden Papstes Franziskus und Sie sehen hinter dem Wappenschild zwei Schlüssel, einen goldenen und einen silbernen und die werden traditionell gedeutet als die Binde- und die Löseschlüssel und die sollen zusammen die päpstliche Gewalt eben zu binden auf Erden, was dann auch im Himmel gebunden ist und zu lösen auf Erden, was auch im Himmel gelöst ist, darzustellen. Mich hat, wie gesagt, immer befremdet, dass es einen Binde- und einen Löseschlüssel geben soll, weil doch normalerweise man im Alltag nur einen Schlüssel kennt, mit dem man auf und dann auch wieder zuschließen kann oder umgekehrt zu und dann wieder aufschließen kann. Es ist also ein bisschen eigenartig, dass man für ein Schloss zwei Schlüssel brauchen muss. Genau so verhält sich es aber mit den kryptografischen Schlüsseln, mit diesen Schlüsselpaaren aus Public und Private Key, die wir für die elektronische Signatur brauchen. Auch da ist es so, dass die beiden Schlüssel unterschiedliche Funktionen haben. Der eine schließt gewissermaßen auf und der andere zu, der eine verschlüsselt und der andere entschlüsselt wieder. Ein Verfahren, bei dem das eine Rolle spielt, wäre zunächst mal die Verschlüsselung geheimer Botschaften oder vertraulicher Botschaften. Da verfährt man so, dass es eben ein Schlüsselpaar gibt, ein Public Key und ein Private Key, die mit mathematischen Verfahren erzeugt werden und einer Person zur Verfügung gestellt werden. Das Besondere an diesem Verfahren ist nun, der Public Key wird öffentlich jedermann zugänglich gemacht. Der Private Key muss streng geheim gehalten werden vom Inhaber und bei der Verschlüsselung benutzt man nun den Public Key, um eine Botschaft zu verschlüsseln. Das kann also prinzipiell jeder. Jeder kann mir, wenn ich ein solches Schlüsselpaar besitze, mit meinem Public Key, den ich öffentlich bekannt mache, eine geheime Botschaft verschicken. Dazu wird der Klartext eben mithilfe des Public Key verschlüsselt, also in eine kodierte Zahlenfolge umgesetzt und der Rückweg funktioniert nicht. Also man kann mit dem Public Key unproblematisch eine verschlüsselte Nachricht erstellen, aber man kann sie nicht wieder entschlüsseln mit dem Public Key. Man braucht eben dafür sozusagen den Löseschlüssel und das ist mein Private Key. Den besitze nur ich. Deswegen kann jeder mir eine geheime Nachricht schicken und nur ich kann sie entschlüsseln. Das hat den großen Vorteil, dass ich jemandem ermöglichen kann, mir geheime Nachrichten zu schicken, ohne ihm dafür meinen Code zur Verfügung zu stellen, der dann in fremde Hände fallen könnte. Den behalte ich für mich, den gebe ich niemandem, auch nicht meinem Kommunikationspartner und mein Kommunikationspartner kann mir trotzdem geheime Nachrichten schicken. Bei der digitalen Signatur haben wir genau das umgekehrte Verfahren. Da signiere ich mit meinem Private Key eine Nachricht. Das heißt, ich erzeuge eine Zahlenfolge, charakteristisch ist für die Nachricht und für meinen Private Key, die sich also völlig verändern würde, wenn eine andere Nachricht damit verbunden würde und die völlig anders aussähe, wenn jemand anders sie mit seinem Private Key verschlüsselt hätte. Ob nun diese Nachricht wirklich von mir stammt, kann jeder mithilfe des Public Key überprüfen. Jeder, der den Public Key besitzt, kann überprüfen, ob die Nachricht tatsächlich vom Inhaber des zugehörigen Private Key verschlüsselt ist. Wenn ich also Ihnen sage, dies ist mein Public Key und dann eine Nachricht Ihnen zukommen lasse, die nicht verschlüsselt, sondern signiert ist, die also eine zusätzliche Zahlenfolge als Signatur trägt, können Sie mit dem Public Key überprüfen, ob die Nachricht von mir stammt und ob es genau diese Nachricht war, die ich mit meinem Private Key verschlüsselt habe. Wäre die Nachricht nachträglich verändert worden oder wäre ein anderer Private Key verändert worden, würde es nicht zu meinem Public Key passen. Wieder kann ich also mit meinem streng geheimen Private Key arbeiten, muss sie niemandem mitteilen und trotzdem können Sie alle prüfen, ob das zu mir passt. Bevor wir uns die rechtliche Ausgestaltung der qualifizierten elektronischen Signatur näher anschauen, möchte ich Ihnen mal an einem praktischen Beispiel zeigen, wie es funktioniert, eine Datei mit einer qualifizierten Signatur zu versehen. Ich habe dazu, wie Sie hier sehen können, eine Beispieldatei vorbereitet, einen Brief. Wir schauen uns den mal kurz an. Sie sehen, da bekommt die allseits bekannte Frau Erika Mustermann von mir eher unangenehme Post. Hier wird nämlich ihre Mietwohnung in der Friedrich-Gottlob-Nagelmann-Allee 89 bekündigt, weil sie die Miete nicht bezahlt. Nur in Klammern, ob das eine gute Idee ist, die Kündigung eines Mietverhältnisses wegen einer elektronischen Erklärung mit qualifizierter elektronischer Signatur auszusprechen, soll damit nicht gesagt sein. Das ist noch Gegenstand der Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe zur heutigen Einheit. An der Stelle benutzen wir dieses Dokument nur als Beispiel für eine Datei, die zu signieren ist. Sie sehen, bis jetzt ist das eine ganz normale PDF-Datei hergestellt mit der Textverarbeitung und versehen mit einer normalen, einer einfachen elektronischen Signatur, nämlich einfach mit meinem Namen in Druckbuchstaben hier unten. Wenn wir das Ganze nun digital signieren wollen, dann müssen wir erst mal die Datei schließen und stattdessen unser Signaturprogramm öffnen. Da gibt es natürlich verschiedene Anbieter. Wir haben hier ein Programm namens Stacksigner. Und Sie werden gleich sehen, das verlangt, dass man die zu signierende Datei hier ins Programmfenster zieht. Das tun wir und sagen los, signieren. Dann möchte das Ganze eine Signaturkarte suchen. Das ist also das Erste, was wir noch brauchen werden, eine digitale Signaturkarte. Glücklicherweise bin ich im Besitz einer solchen Karte. Wir schauen mal danach und sehen, dass hier das Lesegerät gefunden wird. Das ist ein Gerät, das einfach am USB-Anschluss des Laptops hängt. Und wir legen jetzt die Signaturkarte ein und sehen, dass der Kartenleser freundlich blinkt und das Programm einblendet, dass es die Signaturkarte gefunden hat. Wir machen auch an der Stelle einfach weiter. Und Sie sehen, hier kann man noch einige Zusatzangaben machen. Man kann den Ort angeben. Da ist Trier schon vorgegeben. Wir könnten auch noch den Grund der Signatur angeben. Das brauchen wir nicht. Wir drücken noch mal auf Weiter. Jetzt ist noch mal die Möglichkeit gegeben, das Dokument anzusehen, damit man nicht versehentlich das Falsche signiert. Wir sehen schon, dass das unser Brief an Frau Mustermann ist und gehen auf Signieren. Und nun wird eine PIN verlangt. Die kann ich Ihnen aus begreiflichen Gründen nicht zeigen. Wir geben sie aber mal ein. und die wird als korrekt bestätigt und damit ist jetzt die Schaltfläche Signieren frei. Wir drücken noch einmal Bestätigen und damit ist der Signaturvorgang abgeschlossen. Sie sehen schon, es hat sich jetzt eine neue Datei gezeigt im Explorer, nämlich die Datei Beispielbrief signed.pdf. Wenn wir diese Datei öffnen, dann sehen wir unseren Brief wie gehabt. Sie haben aber vielleicht schon gesehen, der Acrobat Reader hat automatisch die Signaturen geprüft. Und es wird uns auch angeboten, hier ein Unterschriftsfenster einzublinden. Und wenn wir runterscrollen, sehen wir, dass hier unten die Unterschrift eingesetzt ist in Form von so einem kleinen Fenster mit dem Vermerk Dokument unterschrieben von Dr. Thomas Rüfner am 3.01.2021 um 18.14 Uhr. Damit haben wir nun tatsächlich ein digital signiertes Dokument, das wir in dieser Form E-Mail oder auf anderem Wege an die Frau Mustermann versenden könnten und sie hätte dann eine Erklärung in der Hand, die der Form des § 126a BGB genügt. Fragen wir uns nochmal, was hier technisch und rechtlich passiert ist. Nun, zunächst mal ist das geschehen, was ich schon vorhin skizziert hatte. Aus dem Private Key von mir als Signaturinhaber und dem Text des Dokuments, dieser Datei mit dem Brief an Frau Mustermann, ist eine Zahlenfolge berechnet worden, die dann als Signatur mit dem Dokument in dieser neuen Fassung, Beispielbrief signed, gespeichert wurde und die durch diesen Vermerk erkennbar war, der dann in der PDF-Datei angezeigt wird. Sie sehen auf der Folie schon, es ist genau genommen noch ein wenig komplizierter. Aus dem Text des Dokuments wird zunächst ein sogenannter Hashwert berechnet. Es wird also aus dem Textdokument eine Zahlenfolge berechnet. Das kennen Sie schon aus den Überlegungen zur Bitcoin. Das ist ein Zahlenwert, der sich vollständig ändert, der völlig anders wird, sobald auch nur ein Komma an dem Text verändert wird. Dann wird aus diesem Hashwert des Dokuments und dem Public Key die Signatur berechnet. Interessant ist nun zunächst mal, wo der Private Key herkommt. Der war gespeichert auf der Signaturkarte. Der Private Key ist also nicht etwa die PIN, die ich auf dem Lesegerät eingeben musste. Das ist nur eine zusätzliche Sicherung für den Fall, dass die Karte verloren geht, damit nicht jeder dann signieren kann. Aber auf der Karte selbst ist der Private Key gespeichert, und zwar so, dass ihn auch der Inhaber, also ich selbst, nicht ohne weiteres auslesen kann. Nur über die Signaturkarte und den Kartenleser kommt man an den Private Key. Und das eben nur dann, wenn man auch noch die richtige PIN dazu weiß. Und die Signaturkarte wird nun von dem Vertrauensdienstleister ausgestellt. Das ist also das erste Mal, dass eine staatliche zugelassene Instanz, in diesem Fall eine Tochtergesellschaft der Bundesdruckerei, ins Spiel kommt. Deren Aufgabe ist es dafür zu sorgen, sich zu überzeugen, dass derjenige, der eine Signaturkarte beantragt, tatsächlich derjenige ist, für den er sich ausgibt. Das wird mit dem sogenannten Postident-Verfahren gemacht. Das heißt, ich gebe den Antrag mit einem Postbrief, einem Papierbrief auf, und bei der Post wird überprüft, ob ich ich bin. Das heißt, ich muss mich dort mit Personalausweis ausweisen. Und dann wird der Brief mit der Signaturkarte an mich zugestellt. Dadurch ist also zunächst mal sichergestellt, dass nur derjenige eine Signaturkarte mit einem bestimmten Namen bekommt, der auch tatsächlich Träger dieses Namens ist. Und das ist nur, wenn er diese Signaturkarte im Besitz hat und auch die zugehörige PIN kennt, signieren kann. Das Ganze geht dann so weiter, dass eben aus dem Hash und dem Private Key die Signatur berechnet wird. Nun kann die Signatur geprüft werden. Sie haben gesehen, wenn Adobe Acrobat Reader so eine Datei öffnet, macht er das automatisch, er überprüft die Signatur. Wie kann er das? Dazu braucht er meinen Public Key. Den darf jeder wissen. Aber es hat ihn nicht von vornherein. Jeder praktischerweise ist der gleich mit in der signierten Datei gespeichert. Das heißt, zur eigentlichen Signatur tritt hinzu mein Public Key, der dort gespeichert wird mit einem sogenannten Zertifikat. Da könnte man natürlich nun wieder sagen, da könnte doch jeder kommen und einen Public Key der Signatur beigeben und behaupten, das sei meiner. Und wenn dann geprüft wird, kommt raus, alles in Ordnung mit der Signatur. Das geht so nicht, weil das Zertifikat auch wiederum zugeteilt wird vom Vertrauensdienstleister und von dem Vertrauensdienstleister mit seiner Signatur signiert wird. Das heißt, ich kann dann in einem weiteren Schritt die Signatur des Vertrauensdienstleisters überprüfen und wenn ich mich darauf verlassen kann, dass das Zertifikat vom Vertrauensdienstleister signiert wurde, dann kann ich mich auch darauf verlassen, dass die Angabe des Vertrauensdienstleisters über meinen Public Key richtig ist, denn der Vertrauensdienstleister hat ja gerade die Aufgabe, mir den Public Key zuzuteilen. Da ergibt sich also eine Kette von Vertrauensbeziehungen. Die Signatur des Vertrauensdienstleisters garantiert meinen Public Key und mein Public Key macht es dann möglich, meine Signatur zu überprüfen. Und da ja die Signatur immer nur zu einer bestimmten Datei passt, ist es weder möglich, das Originaldokument nachträglich zu verändern, dann würde meine Signatur nicht mehr dazu passen, noch wäre es möglich, das gespeicherte Zertifikat nachträglich zu verändern, um zum Beispiel einen anderen Public Key, einer anderen Person unterzuschieben, dann würde die Signatur eben auch nicht mehr passen. Und infolgedessen ist das Ganze relativ sicher. Man kann dann die Signatur des Vertrauensdienstleisters ihrerseits nochmal nachprüfen und es ergibt sich so eine Kette von Prüfungsmechanismen, die schließlich zurückreichen zu einem sogenannten Wurzelzertifikat oder Root Certificate. Das ist also das eigentliche Zertifikat, das den Vertrauensdienstleister als vertrauenswürdig ausweist und dieses Zertifikat wird sehr sicher aufbewahrt, damit Manipulationen nicht vorkommen können. Soviel zur technischen Seite und dazu, wie nun die Signaturkarte funktioniert. Es gibt noch eine andere und vielleicht einfachere Form, zu einer solchen elektronischen, qualifizierten elektronischen Signatur zu kommen. Das wäre die Möglichkeit, mithilfe des Personalausweises eine solche Signatur zu erstellen. Der Personalausweis ist keine Signaturkarte, enthält auch keinen Private Key, aber der Personalausweis ist dafür vorgesehen, sich auch online auszuweisen, damit er enthält also Daten und Versicherungen zur Person des Inhabers und es ist nun möglich, eine sogenannte Fernsignatur mithilfe des Personalausweises vorzuleben. Dafür muss man einerseits das Dokument, das so geniert werden soll und andererseits die Personalausweisdaten wiederum an einen Vertrauensdienstleister übermitteln. Der Vertrauensdienstleister kann aufgrund der Personalausweisdaten sicher sein, dass er es mit einer Person zu tun hat, die der ist, für den sie sich ausgibt oder jedenfalls Inhaber dieses Ausweises. Der Ausweis kann mit so einem Kartenleser, wie wir ihn eben gesehen haben, ausgelesen werden oder auch einfach mit dem Handy über die sogenannte NFC-Technologie. Das ist dieselbe Technologie, die man auch zum kontaktlosen Bezahlen verwenden kann. Damit ist es also auch ohne so ein Kartenlesegerät und ohne Signaturkarte möglich, sich auszuweisen. Und der Vertrauensdienstleister erteilt dann die Signatur mit dem Private Key des Personalausweisinhabers. Der Unterschied zum Verfahren mit Signaturkarte besteht darin, dass der Private Key gar nicht im Besitz des Inhabers ist. Der bleibt immer beim Vertrauensdienstleister, wird niemandem mitgeteilt und eben nur demjenigen zur Verfügung gestellt, der sich auf diese Weise ausweist. Für dieses Verfahren muss man sich lediglich bei einem Vertrauensdienstleister mit seinem Personalausweis und seinen Daten anwenden. Dann kann man online auf diese Weise aus der Ferne signieren, ohne selbst einen Private Key und eine Signaturkarte zu besitzen. Das ist insofern einfacher, denn einen Personalausweis mit diesen Funktionen werden in Zukunft alle haben. Der Nachteil ist, dass die Vertrauensdienstleister sich diese Dienstleistung für jede einzelne Signatur bezahlen lassen. Deswegen zeige ich Ihnen das hier auch nicht. Wenn man nur gelegentlich signiert, ist das trotzdem billiger, denn die Signaturkarte kostet auch Geld. Insbesondere die Tatsache, dass diese Fernsignaturen seit einiger Zeit möglich sind, wie auch der Umstand, dass viele Leute inzwischen aus beruflichen Gründen eine Signaturkarte benötigen, wird vielleicht dazu führen, dass in Zukunft elektronische Signaturen mehr Bedeutung erlangen als bisher. Sie sind im Gesetz schon seit fast 20 Jahren vorgesehen, aber lange Zeit hat dieses Verfahren ein Schattendasein geführt, weil niemand die Signaturkarte besaß und deswegen auch niemand tatsächlich mit qualifizierten elektronischen Signaturen arbeiten kann. In Zukunft wird das wohl anders werden, deswegen lohnt es sich, auf die rechtliche Regelung noch etwas genauer zu schauen. Wir haben schon anfangs gesehen, 126 Absatz 3 BGB sagt uns, überall da, wo die Schriftform von BGB vorgeschrieben wird, kann prinzipiell stattdessen mit Hilfe einer qualifizierten elektronischen Signatur ein elektronisches Dokument ausreichen. Das wäre beispielsweise der Fall bei unserem Kreditvertrag nach 492 BGB und auch in einigen anderen Fällen, die ich hier aufgelistet habe. Sie sehen schon, bei F54 gibt es Streit und es gibt ansonsten einige Einschränkungen, die teils vom Gesetzgeber veranlasst sind, teils aber auch von Literatur und Rechtsprechung vertreten werden. Es wird in der Literatur prinzipiell behauptet, dass 126a BGB als zusätzliches ungeschriebenes Erfordernis hat, dass der Empfänger einer Erklärung mit der Wahl der elektronischen Form einverstanden ist, dass die Parteien sich also vorher geeinigt haben, es sollen Erklärungen elektronisch abgegeben werden. Das bedeutet keine praktische Einschränkung, soweit es um Verträge geht. Wenn also zwei Parteien elektronische Willenserklärungen austauschen, wird man wohl annehmen, dass auch beide damit einverstanden sind, vom jeweils anderen Partner elektronische Erklärungen zu bekommen und auf diese Weise einen Vertrag zu schließen. Das ist aber eine bedeutsame Einschränkung, soweit es um einseitige Rechtsgeschäfte geht, wo also einer durch eine Gestaltungserklärung eine neue Rechtslage herstellen kann. Da wird der andere natürlich, insbesondere wenn das zu seinem Nachteil ist, sehr ungern sich darauf einlassen, dass ihm eine elektronische Erklärung zugeht und wird das hinterher deswegen in Zweifel ziehen. Da ist es also von entscheidender Bedeutung, ob diese Auffassung richtig ist und ich glaube, sie ist falsch. Zunächst mal hat sie im Gesetz keine Stütze, im Gegenteil, die europarechtlichen Vorgaben besagen, dass eine qualifiziert elektronische Signatur prinzipiell dieselbe rechtliche Wirkung haben soll wie eine eigenhändige Unterschrift. Ich sehe auch keine Gründe, warum man eine solche Einschränkung machen sollte. Man muss allerdings sagen, nach den allgemeinen Grundsätzen, die wir schon in der vergangenen Einheit über elektronische Willenserklärungen kennengelernt haben, wird man, wenn beispielsweise per E-Mail so eine qualifiziert signierte Erklärung übermittelt wird, fragen müssen, ob der Zugang tatsächlich möglich ist. Der Zugang setzt prinzipiell voraus, dass ein Kommunikationskanal verwendet wird, den der Empfänger der Erklärung für geschäftliche Erklärungen geöffnet hat. Wenn also eine E-Mail rein privat genutzt wird, nur zum Austausch von Katzenbildern, dann könnte man sagen, es ist nicht möglich, dass mir auf diese Weise eine Erklärung zugeht von geschäftlichem Inhalt. Genau gesagt geht es aber dabei nur um den Zugang, der allein dadurch eintritt, dass die Erklärung in den Machtbereich des Empfängers gelangt und nach gewöhnlichem Verlauf mit seiner Kenntnisnahme zu rechnen ist. Damit ist eben unter Umständen nicht zu rechnen, wenn die Erklärung auf einem Kanal zugeht, der für solche Erklärungen nicht vorgesehen war. Wenn die E-Mail dann aber gelesen wird, wenn also der Empfänger tatsächlich Kenntnis nimmt, dann tritt jedenfalls Zugang ein. Insofern könnte man sich auch einer unangenehmen, einseitigen Erklärung nicht ohne weiteres entziehen, nur deshalb, weil man vielleicht nicht einverstanden war damit, dass sie auf eine bestimmte E-Mail-Adresse übersandt wird. Ich würde also zunächst mal sagen, das Ganze ist ausschließlich ein Problem des Zugangs und das auch nur, soweit die Erklärung tatsächlich vom Empfänger nicht zur Kenntnis genommen wird. Ansonsten sollte es dabei bleiben, egal ob der Empfänger gerne qualifiziert elektronisch signierte Erklärungen empfangen will oder nicht, wenn ihm eine solche Erklärung zugesendet wird und er von ihr Kenntnis nimmt, dann wird sie wirksam mit den gleichen rechtlichen Konsequenzen, wie auch eine Erklärung, die auf Papier und unterschrieben zugeht. Im Allgemeinen würde ich auch nicht sagen, dass es Fälle gibt, in denen die Natur der Sache eine elektronische Form ausschließt, insbesondere für L54 BGB im Hypothekenrecht, wo das vertreten wird, kann ich nicht erkennen, warum das nicht möglich sein sollte. Es gibt allerdings Fälle, in denen sich aus dem Gesetz Hinderungsgründe ergeben. Zunächst mal gibt es eine Reihe von Fällen, in denen das Gesetz ausdrücklich besagt, dass die elektronische Form nicht zugelassen ist. Das ist namentlich der Fall bei der Bürgschaftserklärung. Das ist einer der praktisch wichtigsten Fälle der Schriftform. 766 BGB besagt ja, dass Bürgschaftserklärungen vom Bürgen nur in Schriftform abgegeben werden müssen. Muss nicht der ganze Bürgschaftsvertrag schriftlich abgefasst sein, aber die Bürgschaftserklärung des Bürgen muss in Schriftform erfolgen, es sei denn, es handelt sich um einen Kaufmann. In diesem Fall hat das BGB ausdrücklich die Schriftform ausgeschlossen, durch 766 Satz 2, die elektronische Form ausgeschlossen, durch 766 Satz 2. Es ist fraglich, ob das europarechtlich zulässig ist. Ich hatte schon gesagt, im Allgemeinen will der europarechtliche Gesetzgeber die Verwendung der elektronischen Kommunikation fördern. Die sogenannte E-Commerce-Richtlinie lässt allerdings ausdrücklich zu, dass die elektronische Form für Bürgschaften ausgeschlossen werden kann, soweit der Bürger nicht als Unternehmer handelt, also nicht im Rahmen seiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit. Im Wesentlichen deckt sich das mit der deutschen Regelung, weil ja Kaufleute eine Bürgschaft formlos und damit auch in elektronischer Form abgeben können. Allerdings ist der Begriff des Kaufmanns nach dem HGB mit dem Begriff des Unternehmers nicht ganz deckungsgleich. Insbesondere Freiberufler werden nach Handelsgesetzbuch nicht als Kaufleute angesehen, sind aber Unternehmer, also ein selbstständiger Rechtsanwalt, ist Unternehmer aber nicht Kaufmann, wenn er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit handelt. Er müsste also nach den europarechtlichen Vorgaben in der Lage sein, eine Bürgschaft auch in elektronischer Form abzugeben, ist aber durch 766 BGB daran gehindert, weil die Ausnahme im HGB nicht geht. Da ist also die deutsche Regelung wohl richtlinienwidrig. Auch soweit das nicht der Fall ist, ist sie aber nicht sinnvoll. Der Gesetzgeber hat offenbar gemeint, die Warnfunktion der Schriftform könnte bei der elektronischen Form nicht gewährleistet werden, weil man sich wohl vorgestellt hat, so eine elektronische Erklärung per Mausklick, die ist schnell abgegeben, da ist man nicht hinreichend gewarnt. Wir haben aber gerade gesehen, wie aufwendig es war, mit dem Kartenlesegerät und der PIN-Eingabe diese Signatur zu leisten. Auch das Verfahren mithilfe des Personalausweises ist nicht ganz einfach. Wenn Sie es vergleichen mit der Möglichkeit, unter ein Schriftstück schnell den eigenen Namen zu setzen, glaube ich nicht, dass der Aufwand geringer ist oder die Warnung weniger deutlich. Deswegen ist es auch rechtspolitisch verfehlt, überhaupt noch Fälle im Hinblick auf die Warnfunktion auszunehmen und diese gesetzlichen Ausnahmen, die letztlich dafür sorgen werden, dass weiterhin die qualifizierte elektronische Signatur ein Schattendasein im Privatrechtsverkehr führt, sind verfehlt und sollten schleunigst bestrichen werden. Nach wohl kaum bestrittener Meinung ist immer dann auch die elektronische Form ausgeschlossen, wenn das Gesetz ausdrücklich von einer Urkunde spricht. Tatsächlich versteht man ja unter einer Urkunde prinzipiell eine verkörperte Gedankenerklärung im Zivil- und Strafrecht. Deswegen lässt sich das hören. Ich bin trotzdem nicht ganz sicher, ob diese Ausnahme noch sein muss. Die betrifft zum Beispiel den Paragrafen 409 GB, die Urkunde über eine geschehene Abtretung. Sie ist aber, soweit ich sehe, sehr verbreitet und insofern möchte ich nicht mehr als einen leichten Zweifel äußern. Wir werden der Frage, was das Beispiel Kündigung von Mietverträgen angeht, noch nachgehen, anhand dieses Falles zur Wiederholung und Vertiefung. Den möchte ich Ihnen jetzt nur vorstellen. Er entspricht im Prinzip meinem Beispielbrief. Es wird also versucht, eine Wohnung wegen Zahlungsverzugs zu bekündigen mithilfe einer qualifiziert elektronisch signierten E-Mail. Das würde ich Ihnen zum Selbststudium empfehlen und wir werden das dann auflösen in einem eigenen Video. Jetzt werfen wir zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf das Zivilprozessrecht. Dort hat nämlich die qualifizierte elektronische Signatur schon erhebliche Bedeutung im Zuge der Umstellung des gesamten Zivilprozessrechts auf elektronische Aktenführung. Das muss nach den gesetzlichen Vorgaben in der ZBO spätestens 2026 geschehen. Es kann schon jetzt durch die Bundesländer eingeführt werden in Rheinland-Pfalz geschieht das gerade, die elektronische Akte. Das ist also eine Akte, die ausschließlich aus Textdokumenten in elektronischer Form, im Prinzip in PDF-Form, besteht. Und soweit es sich dabei entweder um anwaltliche Schriftsätze handelt oder aber um gerichtliche Verfügungen, müssen die prinzipiell elektronisch signiert werden. Was die anwaltlichen Schriftsätze angeht, gibt es dazu noch eine Alternative. Wenn eine Nachricht vom besonderen elektronischen Anwaltspostfach, das es seit einiger Zeit gibt, übermittelt wird, das ist ein besonders gesichertes Übertragungsweg, der direkt dazu genutzt werden kann, Dokumente ans Gericht zu übermitteln, wenn das genutzt wird, dann genügt auch eine nur einfach signierte Datei. Das heißt, ein Anwalt kann dann schlicht seinen Namen als Faximile oder als Buchstabenschriftzug unter einen Schriftsatz setzen, wenn er ihn nachher mittels des BEA ans Gericht übermittelt. Ansonsten müssen Schriftsätze, damit sie der vorgeschriebenen Form genügen, wenn sie nicht mehr schriftlich eingereicht werden, also auf Papier und mit Unterschrift, eben qualifiziert elektronisch signiert werden. Und das geschieht, soviel ich sehe, auch zunehmend. Gerichtliche Urteile und Beschlüsse, die von den Richtern unterschrieben werden müssten, können auch qualifiziert elektronisch signiert dann in Akten gegeben werden. Und das geschieht dort, wo die E-Akte eingeführt wird, eben auch schon jetzt. Das heißt, wenn sie später in der Justiz arbeiten, werden sie auch ihre Signaturkarte haben und elektronisch signieren können und müssen. Und schließlich trägt die ZPO auch schon der Tatsache Rechnung, dass bei der qualifizierten elektronischen Signatur eben eine besondere Gewähr für die Person des Ausstellers und dafür, dass der Aussteller tatsächlich diese Erklärung abgegeben hat, gegeben ist, mindestens in demselben Maße wie bei einem schriftlichen Dokument. Und deswegen gelten nach § 371 A ZPO die Vorschriften über den Beweiswert schriftlicher Urkunden für qualifiziert elektronisch signierte Elementdokumente entsprechend. Im Bereich des Zivilprozessrechts und vielleicht auch des Verwaltungsverfahrens wird das also gewiss in der näheren Zukunft eine größere Rolle spielen und vielleicht dann auch im Privatrechtsverkehr. Das soll zu diesem spannenden und wichtigen Thema genügen. In der nächsten Woche geht es dann nochmal ausführlich um den Verbraucherschutz bei elektronischen Willenserklärungen unter dem Motto, das ich gestohlen habe von President Kennedy Consumers includes us all. Wir alle sind Verbraucher. Für heute vielen Dank. Wir alle sind Verbraucher. Ich habe ihn hier. Tun Sie auch.